Mach mit beim Wettbewerb der Aletsch Arena und post dein schönes Moment von dir im Sommer oder Herbst öffentlich auf Instagram mit dem Hashtag MyAletchMoment. Der Haltpreis, den du gewinnen kannst, sind drei Übernachtungen bei uns im Hotel Slalom auf der Bettmeralpa und ich zeige dir, was dich erwartet, nämlich diese wunderschöne Aussicht. Und dazu bekommst du einen Viertagespass der Aletsch Bahne, damit du die ganze Region erkunden kannst. Also post dein schönes Moment, MyAletchMoment.